Und dann, ja, fahr'n wir gemeinsam an den Strand. Hey! Schau'n, heisgal'n, bärm'n in den Lachen. Ich kann das schon nicht mehr. Und vom Schreiben geht's auch nicht so gar. Was heißt das? Was heißt F? Hä? F? Hä? 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 Hallo? Es geht, es geht. Es geht nicht, es geht nicht mehr. Geht nicht, 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 warte, nicht. Ja, hallo, 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 haben wir gerne damit? Freunde, herzlich willkommen. Hallo, wir, Sammy und Jordan. Wir haben heute was Cooles für euch vorbereitet. Wir werden heute Entertainment machen, Freunde. Was haben wir für euch vorbereitet? Wir haben was bestellt, Freunde, extra. Werden wir auch anfliegen lassen, ne? Leute, das kommt wirklich aus Bangladesch. Sehr wichtig, sehr krass. Wo ist das? Und deswegen ein Applaus für Evi Gemma! Ja, Leute. Ey, ich hab gerade eine Alkoholbrille an, ich schwöre, John. Ey, ich seh das, ich fühl mich voll schwindelig gerade. Ich schwöre, als wär ich voll klein, Freunde. Oh mein Gott, oh mein Gott, Freunde. Hä? Was kommt da, guck mal. Attacke, alle rüberkommen auf Twitch, John, unter-Sami. Okay, ich will einmal was testen. Boah, das war halt. Ey! Ey! Ich schwöre, ich sag doch. Jürgen, wie würdest du sagen, Jürgen? Ey, guck mal den Fuß dran. Wir werden die Brille gleich aufsetzen, paar Challenges machen. Und wer besser abschneidet, das könnt ihr am Ende des Tages entscheiden. Ey! Chat, ich will noch was ausprobieren. Ja, erstmal Dank für euren riesen krassen Support. Aber bitte, leg mal nochmal gerade zu mir. Der kann nicht mehr fangen. Der kann nicht mehr fangen. Ey, lass. Jetzt, jetzt, warte, gerade, du musst gerade werfen. Hör doch mal auf, Junge. Du musst doch gerade werfen, dumm Schädel, du nö. Witz, mach doch vernünftig. Okay, drei, zwei, eins. Mein Gott, ja. Boah, da, warte. Was geht ab, Chat? Erstmal herzlich willkommen an alle Leute, die hier drin sind. Mein Name ist Ronny Berger. Und jetzt sind wir live auf der KMOS. Hey, let's go, putz your hands in here. Und jetzt, 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 nee, nee, nee. Wooo, 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 wooo. Ja, wir haben ein paar Disziplinen für euch vorbereitet, Freunde. Und eine davon wird FIFA sein. Deswegen, Freunde, bleib bis zum Ende dran. Wir fahren mit der ersten an. Was brauchen wir dafür? Junge, hey. Wer hat der Fahrrad zu Hause? Ja, ey, wer hat der Fahrrad, ne? Oh, ja, Peter. Oh, ja, Peter. Die Hütchen. Shit, ja. Ey, an alle Leute nicht nachmachen, Freunde. Das hier ist nicht gut, Freunde, ehrlich. An alle, die da zuschauen, wenn ihr die Eltern gerade zugucken, wir sind echt gute Vorbilder. Wir sagen euren Kindern, hört auf damit. Das ist nicht gut, ehrlich. Ich schwöre, hört auf damit. Nach der Ausbildung, immer fünf Minuten oder hochgreifen. Ja, putz, ihr hört sich die Hüte. Ich schwör auf alles nicht mal, nicht mal normal kannst du durchschweißen. Ich meine, was du, wenn ich das jetzt normal kann, Bruder, dann ist das auch doof, Kopf und Leben, ja? Das geht doch gar nicht. Boah, boah. Ja, aber was für die Eltern, Ralf? Das ist doch egal, Ralf dreht sich nie. Das soll so, so, so gehen. Fang mal an, ey. So kann man das aber nicht machen. Nein, das ist Giordano. Das ist von Giordano. Seid froh, dass das nicht weiter ran ist. Das ist von Giordano. Hör auf damit. Seid froh, dass das nicht weiter ran ist. Hör auf damit. Hör auf, dass ein Typ hier geflogen ist. Hör auf, dass das ausgeliehen ist. Und wir müssen damit flüssig umgehen. Lern das so. Ich muss meine Brille. Was ist das? Was ist das? Wie heißt das? Wie heißt das? Wie heißt das? Weiter nach außen. Bruder, Alter. Jetzt noch mal, Elz, so langsam regst du mich auf wieder, ja? Alter, du sollst doch nur Hütchen zusammen machen. So kann man doch gar nicht fahren. Wie soll ich denn hier durchpassen mit der Wand? Bruder, bitte. Du bist doch dumm. Du bist dumm. Ah. Bruder, aber so war doch kein Slalom. Ich arbeite mehr als Sommerschüler zusammen. Ich schwör, meine Mutter hat noch nie so ein Slalom gesehen, ja? Ja, mach dein Slalom. Ich schwör, ich arbeite mit einem Sommerschüler zusammen. Geh mal weg mit deinem Krönen-Fahrrad. Okay. Ey, ich schwör auf meine Mutter. Ey, John, ich schwör auf meine Mutter. Alles, was du von mir kennst, ne? Ich seh acht Stück. Ich schwör auf meine Mutter. Ich seh acht Stück. Ja, Bruder, da sind doch acht. Okay, es geht los. Es geht los. Es geht los. John, ich schwör auf meine Mutter. Es geht los. Ey, ich seh gar nichts, Bruder. Ich seh gar nichts, Bruder. Ja, Bruder, du musst doch in die Sklaume laufen, Bruder. Ich seh acht Stück, sag ich doch, Bruder. Ich schwör, das ist so eine Fake-Brille. Ich seh acht Stück, ich bin doch nicht doof. Stark, stark, stark. Nicht stark, Lasse. Stark, stark. Lass dich doch. Junge, du scheiß Piskwadier. Ja, 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 links. Ja, ja, nein. Du fährst mit dich. Ey, 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 ey. Mein Gott, ja. Doof? Du, nochmal? Nochmal, Bruder, wir müssen das shoppen, ja. Ich will, dass es als ein besoffener Faller fahren kann, ja. Nicht so schlau, wir sind hier bei Leroy Matata. Wie ist das besoffener Fahrrad zu fahren? War Jordan wirklich besessen, Bruder? Ey, ey, hast du auch ein Stück gesehen? Oh, ich hab, ah, mein Vater hab ich noch gesehen in der Brille, ja. Ich schwör. Nein. Ey, sag mal, Olaf ist noch zur Seite. Ey, 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 ey. Olaf, Olaf. Junge, ey, Jonas, wachst du hier, Alter. Okay, jetzt. Nein, 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 nein. Ey, Mann, nein. Hör mal die Kamera, ja, das ist unsere Decke, Freunde. Eine abgeranzte Decke, Alter. Scheiße, ja. Scheiße, Alter, Olaf Scholz. Oh, funktioniert doch nicht, Junge. Ja, ach, nee, deswegen machen wir jetzt was anderes. Weißt du das? Balkenlaufen. Weißt du? Ich liebe das. Balkenlaufen. Freunde, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das kann schief gehen. Und wenn das schief geht, alles Jordan schutzt, okay? Wo ist die Brille? Keine Ahnung, wo die Brille ist. Du hast sie doch gerade gehabt, Mann. Nein. Hä? Die Brille kann doch nicht besoffen. Da ist sie, du dummischwedel. Du fette Schweizer. Du standst da gerade zehnmal. Ich stand so. Du sprichst doch noch einmal, Bruder. Du weißt doch, dass es da liegt. Du bist doch nicht doof. Also zweiter Test. Besoffen. Eine Linie laufen. Wir probieren mal die Polizei. Vorsicht, zwei Stück, Bruder. Ja, aber keine Ahnung. Ich schwöre, ich sehe das zweimal. Ey, was machen wir? Warum trinkt man damit, man so gucken kann, wenn es da ist? Du fette Schweizer, du musst dich doch festhalten. Ja, fang doch, stell dich doch erst mal drauf, Junge. Du musst dich aber festhalten. Nimm dich doch erst mal drauf. Ja, wie soll ich denn draufstehen? Ich brauche doch ein bisschen Zeit, Bruder. Hier, hier. Soll ich festhalten, bis der Arzt kommt, oder was, Junge? John, ich schwöre, ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wo die Linie ist. Drei. Ich weiß nicht, wo die Linie ist, John. Ich schwöre, ich weiß nicht, wo die Arzt. Ich schwöre, meine Mutter, mein Finger tut weh, ja? Ja. Ja, aber ich kann nicht, ich habe doch kein Gleichgewicht. Ich habe kein Gleichgewicht, ich nehme die Brille. Ich habe kein Gleichgewicht, Bruder. Drei, zwei, eins. Shit, komm, wo ist das? Ich schwöre, das ist die dümmste Idee, was wir hier gerade machen, Bruder. Ich schwöre, ich sehe noch nichts, Bruder. Ich kriege das nicht hin, Alter. Ich kriege das nicht hin. Ich schwöre, ich fühle mich übel gerade, ja? Nein, nein. Ich verstehe mich. Oh mein Gott, oh mein Gott, was ist das, Alter? Lady Gaga, I don't know what a face, I don't know what a face. Alter! Das ist die falsche Linie. Das war keine Linie. Guck erst mal selber, dass du überhaupt ein Meter hinkriegst. Ich schwöre auf alles, hier sind zwei Linien. Wie geht das, Bruder? Will ich besopfen oder habe ich eine Bienen da rum? Die Brille, die strahlt es irgendwie so aus, dass du alles doppelt ziehst. Ich weiß auch nicht, warum. Du bist ja nicht wirklich besopfen. Du bist ja einfach nur in der Sicht. Oh mein Gott, ja! Ich bin viel weiter zu höher, als du gekommen. Bruder, ich kann das nicht. Ich schwöre auf alles, ich kann das nicht mehr, ja? Ich kann das nicht, Junge, ja? Was habt ihr gesagt, Bruder? Wir sind zwei Linien, Bruder. Wieder mal das Hintergrund. Das ist nicht mal ein Gewalt, Chad. Ich schwöre, ich kriege Kopfschmerzen. Ich schwöre, ich kriege Kopfschmerzen, Bruder. Okay, Sammy, ab jetzt konzentrieren wir uns. Drei, zwei, eins. Manifestiert, dass du es schaffst. Sehr gut, sehr gut. Ich will das nicht mehr, Mann. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Oh, scheiße, das ist Dreck, ich sag's dir. Ich mach das nicht mehr. Mach du das doch einmal, ich mach das nicht mehr. Ich hab Angst. Das ist keine gute Idee, John. Das ist keine gute Idee, John. Ich sag, das ist keine gute Idee. Mama, Mama, don't like you and she likes everyone. Meine Stresse, ja? Das kann doch nicht kommen, wo ich da sein, ja? Sack du Mulu, ja? Sack du Mulu. Ich schwöre, warte, ich muss das rechnen, Bruder. Wie geht das, dass das nun besoffen ist, aber das ausgleichen kann? Ich weiß wie. Was das ist? Mund auf, steh wieder ein. Sprecher sein. Du musst auch treffen, Bruder. Mach die mit der Hand! Ah, ja! Geil. Ey, wir haben keinen Seilspringer gefunden, jetzt machen wir das damit. Geh mal zur Seite! Geh mal zur Seite, du musst das mal aussehen. Fabi, 02911 hat... Warte, warte, warte doch. Warte doch. Sag jetzt! Warum kommt der Rauch? Drei, zwei, eins. Wenn du nicht ein Stück schaust, dann musst du Augenbrauch weit machen. Ja, machen wir nächste, ich schwöre, machen wir nächste, Bruder. Bring gleich einfach gar nichts, das ist ein Kabel, Junge, ja? Ja, ach nee, ist das ein Kabel, deswegen muss man so runter scrollen. Boah, Bruder, ich bin besoffen, ich glaub, ich bin echt besoffen, ja? Kann ich dir anfangen? Oh mein Gott, Shit! Ah, warte, jetzt hab ich den Dreh raus. Ich kann dafür taub sein, ich kann dafür blind sein, ich kann dafür besoffen sein, ich kann alles, Bruder. Ich kann das auch, Bruder, was du kannst, kann nicht lang, ja? Halt die Fresse! Du musst das sein, was du kannst, kann ich auch, ja? Hör doch mal auf, Junge, warum ärgerst du mich immer, Junge, ja? Ah! Okay, komm, Junge, 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 ich hab keinen Bock mehr, Bruder, ich hab alles, ich fühle mich wie Knossi, Bruder. Immer am Saufen, ja? Ey, was macht das Nächstes, Alter? Ja, Torwart, haben die doch 80 Mal geschrieben. Ja, die haben auch Bild, Bild, Bild gesagt. Das ist die altgerüchtigte Torwart, Freunde. Wir müssen die umdrehen. Geh doch mal! Ja, mach doch runter. Was machst du? Was machst du, Bruder? Bist du durch? Was machst du? Du musst doch schieben, Junge. Das geht doch nicht, diese Scheiße, er hängt da unten fest, Mann. Was machst du, du musst das auch unten anheben, Junge, du Ochse. Hä? Wir haben eine Torwart, frisch aus Bangladesch, komm, holst du da, ja? Wo ist der Fall? So, Freunde, es geht darum, die Löcher zu treffen, jeder hat drei Versuche. Ey, da sind vier Löcher. Ich schwöre, Freunde, ihr glaubt uns nicht, aber hier sind vier Löcher. Ich verstehe das nicht, ja. Das ist schwer, weil du siehst zwei Bälle. Spuck doch rein! Sorry, ich schwöre, du siehst zwei Bälle. Oh mein Gott. Ist das meint? Oh mein Gott. Du bist auch mit dem linken Fuß, das ist ernst, Bruder. Ich schaff alles an. Ey, 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 ey. Sell me. Sell me. Das ist genau hier, stimmt? Ja. Da sehe ich den auch. Ja. Und das ist das Ding. Weißt du, aber wenn ich jetzt schieße, es wird nicht so sein. Weißt du, warum? Ah, scheiße. Aus dem Stand. Oh mein Gott, Alter. Aus dem Stand? Oh mein Gott, ja. Mein Gott, ja. Mein Gott, ja. Kronbach auf die Eins. Okay, drei. Zwei, eins. Oh, scheiße. Hat mich das fast getroffen. Leinzig Uhr hat die Bälle gekostet. Kauf die auf jeden Fall nicht, Freunde. Das ist auf jeden Fall eine Scheiße, ja. Freunde, ich bin jetzt Anlauf nur für euch. Feuert mich alle an. John, ey, 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 ey. Hey, Sammy, 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 Sammy. Ich kann das nicht sein. Ich bin zu schnell. Ich kann das nicht sein. Ich lobe meine Mutter, ich lobe meine Mutter. Ich lobe meine Mutter. Nein, die Torwart ist kaputt. Nein, das treibt doch nach hinten, Mann. Es soll leider hinten fallen, Junge. Nein. Wir haben hier noch zwei Sachen. Wir haben noch FIFA, wir haben noch Bild, Mann. Ich würde sagen, dass wir mal mit Bild mal anfangen, oder? Boah, ehrlich, wir versuchen, die Zukunftszeit ein bisschen anders zu machen. Lüge doch nicht, Junge. Wir machen die Hände und dasselbe. John, ey, du wirst mir das so halten, ne, dass die Zuschauer es auch sehen und ich male dabei. Ja. Du zeigst mir ein Bild, dieses Bild darf ich nur zehn Sekunden analysieren und das muss ich nach. Okay, halt, halt. Oder soll ich das sehen und dabei nachzeichnen? Nein, nein. Warum ein Lama, Bruder, ja? Du musst genau den nachmalen, ja? Verstanden? Ich sehe das nicht, Jordan, ich sehe das nicht. Ich sehe nichts. Freu mich, wir besoffen, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Alter Schwede, ja? Ey, das ist voll schwer, Jordan. Du schaffst das, Junge, ja? Du schaffst das, Junge. Junge, man fass mich nicht an, Mann. Komm, ich schaff da. Junge, hör doch auf, du fuck, Kämmer. Komm, schnell, schnell. Never give up. Ja. Ach, so schlecht ist das aber nicht. Sag mal. Warte. Ey, Bruder, das ist aber ehrlich, Wait a Minute, ja? Ey, ist das nicht schlecht, oder? Chat? Warum ist das so hin, Junge, ja? Als ich glaube, ich so viel gespuckt habe, Bruder. Bruder, guck doch mal, wie du spuckst du an. Ja, aber meine Spucke verteilt sich und ist nicht auf einen Fake, Bruder. Das kann doch nicht sein. Klar kann das sein, Bruder, das ist nicht klar. Schawalt hat sich drauf gespuckt. Was? Ich schwöre nicht, Bruder, das Haram, Junge. Du malst den Clown. Okay. Warte, ich, du malst den Clown. Ja, dann gib doch einen Stift. Ja, da ist der Stift. Habe ich mir auch irgendwie selber holen können, oder nicht? Hä? Was hat der für Augenbrauen, ja? Hä? Wo sind die Alka für 30 Sekunden? Was ist das? Hä? Was ist das? Ich weiß nicht. Was ist das, Junge? Was ist das? Weiß ich nicht, Bruder. Warum ist das schwarz? Ich schwöre auf meine Mutter, ich weiß nicht. Warum ist das schwarz? Wegen der Stuhl. Warum ist das schwarz? Ich schwöre auf meine Mutter, ich weiß nicht. Warum ist das schwarz? Ich weiß nicht, Bruder, hier ist doch nix, Bruder, ich schwör' euch, ich weiß es nicht. Warum ist das schwarz? Ich weiß es nicht, ich schwör' auf meine Mutter, ich weiß es nicht. Was ist schweilt? Dein Stuhl ist schwarz. Bist du besessen, Junge? Hm? Nein, die Mutter, fast gut. Ist aber mein Dings-Oakka-Oakka-Oakka, ne? Das hast du gesagt! Ich weiß dir, was ist mit der Dika-Haltverbruchung? Niemand hat dir zu sagen, wir... Wir brauchen in der Psychiatrie Lidl, denn für Toschen Tücher, für Coca. Coca-Cola, Fanta, Sprite. Wir sind in der Psychiatrie, niemand hat dir zu sagen, die wissen Bescheid, wer ist Onkel? Onkel fährt 4x4, 6x6, Bugatti, ich hab Zigarette in Lenkrad ausgemacht, warum? Weil Steuern. Mein Name ist Patrick! Nein! Ich schwör' auf meine Mutter, du bist besessen, Bruder. Was ist los mit dir, Junge, ja? Wie meinst du? Ich weiß es nicht, Bruder. Ich hätte eine Frage, sollen wir eine Runde FIFA spielen mit Alkoholbrille oder nicht? Okay, Freunde, gab's nur mal an Mannschaften? Erste Halbzeit Jordan, zweite Halbzeit ich. Mach doch mal schnell einen Scheiß-Controller an. Hey! Ich nehme Nürnbeck, wegen Niklas. Wegen Willi, Willi Sommer, jetzt einmal wieder zur Kasse 4. X! Ah, GG, Junge! So, let's go, Freunde! Ey, Bruder! Sag nur, hab ich den Ball oder nicht? Ey, wenn ich den Ball hab, sag wenigstens, ja? Du bist doch nicht doof, Bruder! Ich glaub, meine Mutter, ich seh' nix, Bruder! Habe ich den Ball oder nicht? Habe ich den Ball oder nicht? Oh mein Gott, Junge! Dann sag doch, hab ich den Ball oder nicht, Bruder! Du bist doch nicht doof, Bruder! Setz die Brille auf, wenn du was siehst, ich bin dein Hund! Ja, jetzt sag mal, ob ich den Ball hab, Bruder, nicht! Haha, ist ehrlich schwer! Ja, sag doch einfach, ob ich den Ball hab, Bruder, nicht! Alter, ich kippe gar nicht irgendein Ding aus der Schädel, Alter, ja? Ja! Du hast Freistoß! John, du hast Ball! Ja? Ja! Ja! Ja, GG! Du hast Ball, Bruder! Ja, ich renn nur nach vorne! Aber ich muss auch immer mal schießen! Bruder, 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 dein hart ist vor dem Bildschirm! Hahaha! Boah, ich wär zu langsam bis auf dem Serial, Alter! Äh, Chat, ja? Hab ich den Ball oder nicht, Bruder? Sag doch was! Ja! Hahaha! Habe ich den Ball oder nicht, Bruder? Ja! Hahaha! Ich schwöre auf alles, was du hast! Bruder, du hast gesagt, ich hab Ball! Ich schwöre, du hast gesagt, ich hab Ball! Ja, du hast doch nicht die ganze Zeit den Ball! Hör doch mal auf, Junge! Du musst doch Dauter machen! Ja, warte doch! Scheiße! Hahaha! Junge, du bist doch nicht doof, Bruder! Bruder, ich schaff meine Mutter! Ich weiß nicht, ob ich den Ball hab oder nicht, Bruder, ja? Soll ich dir da noch auf Zettel schreiben oder was? Jetzt hast du Ball! Ja, halt den Maul, lass dich selber! Guck mal, was ich jetzt mach! Ich hoffe, ich verstehe jetzt keinen Spaß mehr, ja? Bruder, ich seh nix, Bruder! Ich seh nix! Ich schaff alles für mich wie ein orthopädischer Mann, ja? Ich seh nix! Jetzt hast du Ball! Jetzt hast du rausgeschossen! Hey! Du bist ein richtiger Schlingel, du! Du dreckiger Spast, alter, ja? Der Chat schreibt mir das doch, Dings, ich bin doof! Was denn?! Du hast die ganze Zeit geschummelt, Mann! Ich bin besoffen, Dinger! Mach doch mal irgendwas, Jungs, ja? Ich hab ne Brille auf, nicht ihr! Ich sag dir ganz ehrlich, GG, ja? Okay, halbzeit zwei! Ja, siehste nix, ne? Ich seh gar nichts! Und am Sonntag losen wir wieder aus, wer der beste Clip der Woche ist. Wir nennen das jetzt Clip der Woche. Deswegen, ihr habt die Chance Clips auf TikTok zu posten von uns. Und der mit den meisten Aufrufen bekommt von uns 100€ und wir folgen denen. Ist das die Möglichkeit? Sein Timing ist schon klar. Meine Fresse, ja? Nicht mal mit nem Brillenträger schaff ich das, ja? Ey! Ja, okay. Bruder, ich schwöre, ich rufe die Polizei, wenn du so weitermachst. Noch einmal, ich rufe die Polizei. Was?! Was?! Das hab ich aber ohne Brille gemacht! Das habt ihr gesehen, Freunde! Das hab ich grad ohne Brille gemacht! Ja klar, warum hast du doch die Brille auf?! Ah, meine Nase! Alter, ja was, ein Traumpflücker, ja? Ja! Das ist Karma, Bruder, das ist Karma auf höchstem Level, auf Ice-Cube-Level! Digga, was geht ab, Alter? Charlie! Schön vorbeigekommen! Das musste auch... Ja! Was geht ab?! FC Jordan, Stern des Südens, Samys Oma spielt Candy Crush! Lügel! Was geht ab, Alter? Bruder! Ah! Mach die hoch! Mach's doch, Oben! Okay! Ich schwöre, alles du wolltest, ist das! Ist mir jetzt scheißegal, Bruder! Ich schwöre, alles ist mir jetzt scheißegal! Ich schwöre, ist mir jetzt scheißegal, ja? Ja, hallo, hier ist Jordan! Ich habe mal eine kurze Frage, und zwar mein Kollege, der schummelt die ganze Zeit, und ich sage ihm, er soll nicht schummeln, aber er schummelt. Und dann sage ich ihnen, Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein! Keiner will mit mir reden, ja? Nie will einer mit mir reden, ja? Ja, hallo, wie kann ich für Sie tun? Ja! Ja, Bruder! Super! Super, Junge, super! Ich schwöre, super Arbeit, Junge! Hast du wieder super gemacht! Meine Nummer ist bald blockiert, Junge, ja? Was? Helfe! Ey, ich habe irgendwie voll Kopfschmerz durch diese Scheiß, Bruder! Die Brille hat echt Kopfschmerz gemacht, Bruder! Wir waren VW-Stream, morgens 20 Uhr sind wir wieder live, und Donnerstag 20 Uhr ist das Twitch-Talent! Deswegen, wenn du ein Talent hast, schick uns das per... Wenn du rappen kannst, Geld befallen kannst, irgendein Instrument spielen kannst, und aus der Nähe Buchen kommst, schick uns ein Video auf Instagram, Freunde! Das ist wirklich ernst gemeint! Wer hat schon 5, 6, 7 Leute rausgesucht? Jeder von euch hat die Chance, schreibt uns auf Instagram, schickt uns ein Video, wie ihr das macht, und ihr seid am Donnerstag hier! Okay? Vielleicht kommt sogar Donnerstag noch ein Special Guest in die Jury! Deswegen, Freunde, dieses Jahr wird geil! Ein Big Herz! Danke für euren Support! Und wenn ich sage jetzt, dann lassen wir alle ein Follow da, weil wir sind fast 200.000 Abonnenten, Okay? Warte, warte, warte... Warte, warte, warte... 3... 2... 1...